Die Verleihung des Spiels des Jahres ist mittlerweile gelaufen und SkyTeam hat den Titel aus meiner Sicht höchstverdient gewonnen. Doch es gab auf der Empfehlungsliste auch darüber hinaus wieder einige interessante Titel, wie zum Beispiel Ghostwriter, das ich euch in meinem letzten auf dem Tisch vorgestellt habe. Mit passt nicht habe ich kürzlich einen weiteren Titel von der Liste ausprobieren können. In passt nicht zieht man zu Beginn jeder Runde fünf Karten. Eine Karte wird als Start des Ablagestapels bereitgelegt. Wer dran ist, muss dann entweder eine Karte, die der Zahl oder Farbe nach zur Karte auf dem Ablagestapel passt, dort ablegen. Alternativ darf man eine Karte, die dazu nicht passt, vor sich ablegen, wobei man für jede der vier Farben einen eigenen Stapel bildet. Dann zieht man eine Karte nach und es geht im Uhrzeigersinn weiter. Ist man später wieder an der Reihe und die obere Karte auf einem der eigenen Stapel passt zum Ablagestapel, muss man diese oder eine andere passende Karte von der Hand ablegen. Sobald jemand alle Handkarten losgeworden ist, endet die Runde. Dann zählen alle vor sich abgelegten Karten positiv und übrig gebliebenen Handkarten negativ. Regulär werden so viele Runden gespielt, bis jemand mindestens 50 Punkte gesammelt hat. Aber da kann man auch Alternativen noch zu spielen. Aber das ist auf jeden Fall erstmal das, was das Regelheft möchte. Nicht jedes Spiel, das auf der Empfehlungsliste zum Spiel des Jahres Landet muss am Ende auch ein wirklich brauchbares Spiel sein. Passt nicht, hat eine nette Idee, wenn man sonst hauptsächlich Uno spielt. Aber mich hat das Spiel einfach eine knappe Stunde lang gequält. Um die in der Regel eben vorgesehene 50 Punkte zu erreichen, mussten wir 8 Runden spielen. Denn es kann punktetechnisch durchaus ein bisschen hin und her gehen, weil man auch Punkte verlieren kann. Ich hatte das Pech, meine zweite Runde mit zwei Jokern auf der Hand zu beenden, was mich so weit in die Minuspunkte warf, dass ich für mich die restlichen Runden völlig chancenlos da durch das Spiel noch schleppen musste. Auch in weiteren Runden hatte ich das Pech, ständig die falschen Karten zur falschen Zeit auf der Hand zu haben. Spaß hat das absolut keinen gemacht, denn ich hatte meist nicht das Gefühl, dass ich daran etwas hätte ändern können in dem Moment. Nun hat jemand unter meinem Fotobeitrag zum Spiel, den ich nach der Partie veröffentlicht hatte, richtig eingewendet, dass man ja nicht unbedingt bis zu 50 Punkten spielen muss, sondern auch eine feste Anzahl an Runden zum Beispiel spielen kann. Das kann sicher helfen, damit das Spiel zeitlich nicht so ausarten kann. Für mich war die erste Partie aber definitiv auch die letzte, denn passt nicht, passt für mich definitiv nicht.